Keine Kinder, keine Erben. Ohne Freunde und fremd zu sterben, niemandem nah zu sein. Niemandem nah zu sein. Wie alle Menschen bin ich mehr. Exotisch, rätselfremd und schwer, ein fernes Flammenlicht. Ein fernes Flammenlicht. Nein, so kann ich nicht mehr bleiben. Ich muss und will mich deutlich zeigen. Endlich gesehen sein. Endlich gesehen sein. Habe mich gequält und aufgerieben und will doch nur, dass sie mich lieben. Jemandem nah zu sein. Jemandem nah zu sein.